Gustav Kossener war Philologe und Professor der deutschen Archäologie an der Universität Berlin. Er war seinerzeit neben Karl Schuchardt der bedeutendste Prähistoriker und Schöpfer der sogenannten Siedlungsarchäologischen Methode. Leben Kossener, Sohn eines Gymnasiallehrers masurischer Abstammung, studierte in Göttingen, Leipzig, Berlin und Straßburg klassische und germanische Philologie. Er war Schüler bei Karl-Victor Müllenhoff, der ihn für die germanische und indogermanische Altertumskunde gewann. Später wurde er unter dem Eindruck von Otto Tischlers Schriftenvorgeschichtsforscher. Auch Friedrich Ratzel beeinflusste ihn. In Straßburg wurde er 1881 mit einer germanistischen Arbeit die ältesten hochfränkischen Sprachdenkmäler zum Dr. Phil promoviert. Ab dem 1. Oktober 1881 arbeitete er aushilfsweise als Sinator an der Universitätsbibliothek in Halle. Ab 1. Juli 1886 arbeitete er als Assistent an der Universitätsbibliothek Berlin. Von Januar 1887 bis 1892 war er Bibliothekar und Kustos an der Universitätsbibliothek Bonn. Ab 1892 arbeitete er an der Königlichen Bibliothek Berlin. 1896 hielt er in Kassel den Vortrag »Die vorgeschichtliche Ausbreitung der Germanen in Deutschland«. Bereits im Mai 1900 erhielt er den persönlichen Professorentitel. Aber erst 1902 wurde er zum außerordentlichen Professor für deutsche Archäologie an der Universität Berlin ernannt. 1909 gründete er die Deutsche Gesellschaft für Vorgeschichte, später Gesellschaft für deutsche Vorgeschichte. In seinem 1911 erschienenen Buch »Die deutsche Vorgeschichte«, eine hervorragend nationale Wissenschaft arbeitete er, typisch germanische Eigenschaften heraus und bereitete die nationalsozialistische Archäologie geistig vor. Über sein 1913 erschienenes Buch »Der Goldfund vom Messingwerk bei Eberswalde« und »Die goldenen Kultgefäße der Germanen über den Eberswalder«, »Goldschatz« geriet er in Konflikt mit Karl Schuchert. Kossina war Mitglied der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. Außerdem gehörte er verschiedenen völkischen und antisemitischen Gruppierungen an. So war er Vorstandsmitglied des Olddeutschen Verbandes. 1928 wurde er öffentlicher Förderer und Mitgründer der Nationalsozialistischen Gesellschaft für deutsche Kultur. Er war auch Mitglied im Kerasse-kundlichen, nordischen Ring, der die These vertrat, dass die Germanen die Elite der Weltkultur seien. Siedlungsarchäologische Methode Scharf umgrenzte Kulturprovinzen decken sich zu allen Zeiten mit ganz bestimmten Völkern oder Völkerstämmen. Anführungszeichen Diese Aussage Kossinas, die sogenannte »Lex Kossina«, bildet die Grundlage seiner siedlungsarchäologischen Methode. Sie bezog sich nicht wie die moderne Siedlungsarchäologie jankunischer Prägung auf die einzelnen Ansiedlungen oder Siedlungslandschaften, sondern auf die ethnische Interpretation archäologischer Kulturgruppen. Bei dem methodischen Ansatz der Siedlungsarchäologischen Methode handelt es sich prinzipiell um einen Analogieschluss, der darauf abzielt, historisch überlieferte Zustände in die Vergangenheit zu verlängern. Ähnliche methodische Ansätze sind auch in den USA und in Italien entwickelt worden und spielen außerhalb Deutschlands bis heute eine wesentliche Rolle. Dabei wurde das Konzept der ethnischen Identität archäologisch nachweisbarer Gruppen reflektiert und problematisiert. Kritische Rezeption Schon zu Lebzeiten war Kossinas Ansatz der Kritik ausgesetzt. Durch die politische Bedeutung seiner Forschungen im Nationalsozialismus und den enormen Einfluss seines Nachfolgers Hans Reinold kam es jedoch, auch nach seinem Tode im Jahre 1931 zunächst zu keiner kritischen Aufarbeitung. 1941 publizierten Ernst Wale oder auch 1944 Oskar Parit einige kritische Bemerkungen. 1959 befasste sich Hans-Jürgen Eggers in seiner Einführung in die Vorgeschichte intensiv und kritisch mit der von Kossener vertretenen Methode der ethnischen Deutung archäologischer Befunde. Eggers wesentliche Kritikpunkte sind keine klare Darlegung der Methode, keine Definition von Volk und Völkerstämmen, keine Definition von Kulturprovinz. Kulturen werden als homogene, ja monolithische Blöcke angesehen. Keine hinreichende Begründung für die Gleichsetzbarkeit von archäologischer Provinz und ethnischer Einheit. Die durch Kossener angeführten frühgeschichtlichen Beispiele sind vielfach nicht haltbar. Kontinuität wird vorausgesetzt, inkonsequente Anwendung der eigenen Methode, Argumentation mit Einzeltypen, teilweise keine Beachtung von Grabungsbefunden, willkürliche Unterscheidung von Handel und Wanderung, keine Untersuchung der Ursachen von Wanderungen, teilweise keine Materialvorlage, mangelnde Berücksichtigung von Erhaltungs- und Überlieferungsbedingungen, unzulässige Vermischung verschiedener Disziplinen, methodisch nicht adäquate Verbindung von Archäologie und Sprachwissenschaft, Anthropologie, nationalistische und teils rassistische Vorurteile, die insbesondere im Nationalsozialismus politisch ausgeschlachtet wurden. Punkt. Heinz Grünert stuft Kossener als Wegbereiter der nationalsozialistischen Ideologie ein, Publikationen, über verzierte Eisenlanzenspitzen als Kennzeichen der Ostgermanen, in Zeitschrift für Ethnologie, Bent 37, 1905 S, 369 bis 407, Großgartacher und Rössener Stiel, in Zeitschrift für Ethnologie, 1908 S, 569 FF. Die deutsche Vorgeschichte, eine hervorragend nationale Wissenschaft, Kurt Kabitsch Verlag, Leipzig 1912, 8. Auflage, Johann Ambrosius Bad Verlag, Leipzig 1941, Die Herkunft der Germanen, zur Methode der Siedlungsarchäologie, Kabitsch, Würzburg 1911, 2. Auflage, Kabitsch, Leipzig 1920, Die Herkunft der Germanen, zur Methode der Siedlungsarchäologie, Die Wikinger und Weringer, Manusbibliothek, Neue Folge Band 4, Fotomechanischer Nachdruck der Ausgaben 1911 und 1929, Manuswerle, P. Wegener, Bon 1978, Der Goldfund vom Messingwerk bei Eberswalde und die goldenen Krütgefäße der Germanen, Kabitsch, Würzburg 1913, Die deutsche Ostmark, ein Heimatboden der Germanen, Berlin 1919, Das Weixelland, ein uralter Heimatboden der Germanen, 1919, 4. Auflage, J. A. Bad Leipzig 1943, Altgermanische Kulturhöhe, eine Einführung in die deutsche Vor- und Frühgeschichte, J. F. Lehmanns Verlag, München 1927, 8. Auflage, J. A. Bad Leipzig 1942, Ursprung und Verbreitung der Germanen in vor- und frühgeschichtlicher Zeit, Germanen Verlag, Berlin Lichterfelde 1926 und 1927, dritte Auflage, Kabitsch, Leipzig 1936, Germanische Kultur im 1. Jahrtausend nach Christus, Kabitsch, Leipzig 1932, Kossener war der Herausgeber von Manus und Begründer der Manusbibliothek.